Hallo meine Lieben, jetzt geht es um den Song Mother Mary von, jetzt muss ich nochmal gucken, wie die heißen, Foxborough Hot Tops, glaube ich. Ja, ich habe ganz leichte Griffe rausgesucht für den Song. Kapo habe ich auf dem zweiten Bund gemacht, müsst ihr mal gucken, von der Stimmlage her, wie das bei euch so ist. Ich bin ja zur Zeit erkältet, weil mir klingt sowieso alles ein bisschen merkwürdig. So, und dann brauchen wir folgende Griffe. Das muss ich mir nochmal in den Text hier hören. Und zwar brauchen wir das G, das B-Moll, also so wie ein A-Moll, aber im dritten und vierten Bund und den zweiten Bund sperrt ihr. Dann brauchen wir ein A-Moll und ein D. Das brauchen wir viermal für die erste Strophe oder für die Strophen generell. Für den Chorus, nee, Chorus machen wir gleich. So, bevor ich die Melodie wieder vergesse, den Song kann ich nämlich jetzt erst seit fünf Minuten, mache ich das jetzt ganz schnell. Und zwar, Strumming ist mal wieder, wie sollte es anders sein, das hier, down, 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 up, up, down, up, down, up, down, up. Schreibe ich in die Infobox. Einmal pro Griff. Beim Chorus immer einmal pro Griff. Beim Chorus nachher müssen wir das wieder aufteilen, so häppchenweise. Auf die Griffe verteilen. Aber, Entschuldigung. Bei den Strophen jetzt erstmal einmal pro Griff. Also nehmen wir das G und dann machen wir down, 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 up, up, down, up, down, up, down, up. Dann das B-Moll. Down, down, dann up, up, down, up, down, up, down, up. Dann das A-Moll. Down, down, dann up, up, down, up, down, up, down, up. Und das D. Down, down, dann up, up, down, up, down, up, down, up. Und das Ganze halt viermal wiederholen. Und mit Text klingt das dann ungefähr so. Meine Nase. Geht leider nicht anders. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, das war's. Der Song war mal ausnahmsweise wieder nicht so schwer. Ist so ein bisschen 50er-Jahre angehaucht, oder? Oder was meint ihr? Ich kenn die Band gar nicht. Ich kenn die Band nie. Von euren Requests kenn ich, glaube ich, nur 5%. Auch wieder ein Song. Umso öfter man ihn hört, umso besser findet man ihn. Ihr könnt schon mal ausschalten. Text war falsch. Text war falsch. Ich muss mal den Text aufscrollen. Mein Bildschirm ist wieder so schräg. Ich kann nichts sehen. Das Bum, Bum, Bum. Lass mir mal ihn weg. Take a ride on the midnight train. We'll fall to sleep at the station. Too much rain driving me insane. And then we'll miss our destination. Hey, ich kann mir den Text in. Oh, well, too bad, who cares? It's all right. As long as we will stay together. In hell we'll rain a rose of sunshine. We'll watch it rise and shine forever. Oh, Mother Mary, take my hand. Boom, 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 ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. Und so weiter und so weiter. Okay, jetzt hören wir auf. Ich hoffe, YouTube schneidet nichts ab. Ich habe keinen Bock, hier von dem zweiten Teil zu machen. Man kann mich gar nicht sehen, ne? Schwarz und schwarz. Na gut, nochmal einmal hochziehen. Ich weiß, ich bin ekelhaft. Es tut mir leid. Aber ihr müsst ein bisschen mit mir leiden, weil ich bin ganz krank. Und ich weiß.